Geht's schon los? Ja, was für ein Intro. So, als allererstes muss ich mich bedanken, ein treuer Parkside-Fan hat uns tatsächlich ein Upgrade zugeschickt. Ein 3D gedrucktes Teil mit Magnet drin, ist dafür da, dass man endlich hier auch mal das Werkstatt abschützen kann. Ja, jetzt kommt mal ein neues Video. Heute geht's weiter RS4 Limo. Wir bauen tatsächlich mal wieder den Motor ein, inklusive der neuen Achse. Jetzt ist alles fertig geschweißt. Ich mache nur noch kurz einen Helter für die Ölpumpe fertig und dann sehen wir uns gleich hinten im Lärmverkopf. Weil am Wochenende geht es dann nämlich mit diesem ganzen Paket zu Chris, wo wir Kabelbaum etc. bauen. Das heißt, wenn der Motor gleich einmal drin hängt, können wir nämlich auch einmal schon mal so ein bisschen ausmessen, wo der Kabelbaum hin muss. Und eine letzte Sache. Hier dieses Druckrohr. Das sind noch die letzten 20 Zentimeter bis zum Ladeluftkühler, die wir bauen müssen. Das wollte ich auch lieber im Auto machen, weil ich Angst hatte, wenn wir es hier machen, ist doch zu viel Toleranz drin, dass es am Ende vielleicht nicht funktioniert. Nico, hier muss man aber reinfilmen. Wir haben einen Anlasser. Guck dir das an, wenn wir das hier alles ausgespart haben. Fühlt mir auch mehr Platz als früher für den Mink. Du brauchst am Heber noch mehr. Also, wir dürfen reden. Zeit läuft. Weiter geht's hier. So, dein Konstrukt weiß ich nicht mehr. Wo war ich hier was dran? Jetzt müssen wir gucken, dass der sich einhermaßen gleich loszieht. Die Gurte, da fahre ich noch mit zur Schneiderin, zur Näherin und die lasse ich mir genau auf der Länge zusammennähen, weil das Ding so geil da gerade mit hoch geht. Hier machen wir lieber nochmal einen Sicherheitsknoten rein. So, pass auf. Jetzt kriegst du einen Sound. Nee, das kriegt alle. Das ist das einzige, was hier im Laden verkauft, blöd ist. Das Licht von oben ist so hell, dass man von unten mal nichts sieht. Wir müssen leider noch einmal draus. Ich hab's sogar noch angezeichnet gehabt. Ah, ok. Auf beiden Seiten müssen weg. Jetzt heißt er schon. Ich bin einmal kurz im Schleifraum. Oh je. Kurz im Lambo eingerastet. Echt bald. 6 1,5 Stunden später. Was? Die Achselöser auf der Achselmissensprüfung. Ja klar. Zum Sturz anstellen, wie gesagt. Fällt es das nicht aus mit denen? Irgendwann hast du die Achselmissung gemacht? Ja, ich nicht selber. Ah, Cheyenne frisst eh keine Reifen, ne? Die 23er in Achilles kosten kein Geld. So. Ich mach Röden, ich mach jetzt. Ich werde nie vergessen, als ich für die Essen-Motorshow 2021 gebaut habe hier. Da war natürlich jedes Loch voll mit Hohlraumkonservierung, Entlackungsdreck und so weiter, ne? Übel motiviert. Die Kiste muss zusammen. Also ich musste auch hier auf dem Boden wirklich jedes Kind nachschneiden. Aber, weil man verschiebt natürlich später möglicherweise dann den Motor auch mit. Und dann wird ihn jetzt ja gleich festbohren. Man kennt's nicht, festbohren. Da müssen wir natürlich irgendwie eine Hütte finden. So, aber das ist ein Schlag. So. Ich würde das einfach irgendwann ausmitteln. Ja, ist gut. Okay, gut. Spur passt. So, hier sieht das hervorragend aus. Hier habe ich jetzt richtig schön verstellbar. Kannste jetzt gerade mit 35er natürlich nicht filmen hier. Ja. Du musst doch auch todesnah gerade dran sein, ne? Geil. Hier sieht auch alles gut aus. So machen wir das. Warte, du willst ihn jetzt einführen. Ja, das Problem ist, dass es eigentlich war. Wie gesagt. Da steckt er mal eine Schraube durch. Dann kommt er dann wieder raus. Oh, nee. Ernsthaft? Nein, das machen wir nicht. Ach. Der rutscht weg. Ja, dann geh rüber und gib mir da die Schwarz. Genau. Nee. Du musst den lecker, oder? Ja. Oh. Na, die erste Seite. Und gerne die Keramik auf dem Boden liegen haben sie, genau. Aber es ist schon immer wieder krass, wie viel einfacher alles zu zweit geht. Kann ich nicht noch viel haben? Nee. Es ist einfach gar keine Lagerung. Einfach eine Schraube. Ja. Schraube, so ich bloß was. Du führst, ja. Nicht erst in der Schienhund. Nee, du musst jetzt hier eben rum. Jetzt hier rüber. Ja, komplett. Da noch weiter hoch. So. Wie das auf jeden Fall der Kran gerade hier vorsteht. Naja. Jetzt sieht es da noch ein bisschen aus. Das ist nämlich jetzt gerade. Jetzt sieht es so etwas wieder runter. So. Stopp. Ein Tüppchen müssen wir noch, ne? Sonst hängen wir jetzt auch entgegen. Wenn wir jetzt reinschieben. Nee, dann machen wir erstmal ein bisschen weiter rein. Ja. Es ist natürlich eine gute Frage, ob wir das alles so mit Getriebehaltern so, haben wir jetzt einfach mal selbstverständlich dran gelassen. Ein bisschen. Okay. Lass mal runter. Ein bisschen. Also, wenn er liegt jetzt irgendwo auf der Achse. Das war links der Getriebehalter auf der Achse. Weiter auf der Seite. Kann ich weiter machen? Ja, dann schieße ich schon weiter. So. Jetzt müssen wir schon runter. Können wir auch schon. Kann ich schon weiter schieben? Weiter? Ja, ja. Jetzt hängen wir auch mal mit dem Trichter getrampt, ne? Dann müssen wir dann weiter rüber. Mal soll ich kurz die Arbeit machen? Achso. Ja. Mach los. Ja. So, jetzt können wir runter. Achso. Warte. Wir müssen ja eh, wir müssen dann eben die Halter dazwischen. Wo sind meine Motorlager? Da. Deutschlands klammste Lager. Vielleicht eine doofe Frage, aber warum spielen jetzt diese... Doofe Fragen gibt es nicht. Es gibt nur doofe Antworten, die jetzt gerade. Die kommen jetzt. Die kommen jetzt. Nee, das war schon doofe Antworten. Achso. Hey, erzähl. Warum sind jetzt diese kleinen Metallplättchen jetzt noch so wichtig, um den Motor... Nein, wichtig sind sie eigentlich gar nicht. Ich bin nur der Meinung, auch wenn das einige belächeln, wir haben eine relativ große Auflagefläche zwischen Achse und Motor. Alu ist natürlich deutlich weicher als Stahl. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass das in Sachen Vibration kein Vergleich zu Gummi ist, kein Vergleich zu PU ist. Aber der Unterschied ist gegenüber Stahl auf Stahl. Also, diese ganzen kleinen Anschläge, die massieren sich hier halt so ein bisschen rein. Natürlich sind ständig die Schrauben locker. Man muss gucken, wie man die festkriegt. Aber, wie gesagt, ich behaupte, das Ding wird keine zehn Kilometer sehen, ohne dass ich die Schrauben EWR nachziehe. Also von daher ist das kein. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Keiner kann mir garantieren, dass das jetzt gerade ist. Dass der Motor nicht so steht, so steht, so steht, so steht, so steht, so steht. Wir losfahren, die Kaderwelle vibriert. Und jetzt können wir einfach verschiedene Platten machen, Millimeter stärken und können das Ding genau so hinstellen, wie man wollen. Das ist der Plan. Oder das war der Plan dabei. Unter die Ölwanne kann nicht passen, ne? Ja. Weiter. So zwei, drei Zenti. Noch zu dir? Müssen wir noch hin. So, und jetzt eigentlich eher, ähm, minimal so drehen. Wohin drehen? Also. Okay. Das war auch gut gerade. Achso, ne, geht gar nicht, weil er hier schon mal groß ist. Passt so aus? Würde ich sagen, sind wir schon mal richtig rein. Aber das fühlte sich schon gut an. Das geile ist, das haben wir mit Absicht, mit Absicht gemacht, die, sowohl die, also die, die, die Aufnahmen sind nicht so, sondern die Aufnahmen sind so. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Motor jetzt reinlasst, fällt der automatisch genau so. Also, war auch gerade dumm, ihn von links nach rechts zu schieben. Aber wir können ihn von links nach rechts gar nicht schieben. Wenn du ihn hier rüber schiebst, kommt er da ja hoch. Ja, aber der Kipp schrägt sich so ein. Deswegen, also eigentlich, also man müsste jetzt mit anderen Platten arbeiten, ne? Ja. Aber das passt auch so. Ja, vor allem, weil es beim Kummerherr genauso passt. Ist überall in der Türmchen, ne? Ja, dann müssen wir halt die Insolierung noch ein bisschen drücken, ne? So. Das haben wir schon mal geschafft. Der sitzt hier schon mal drin. Der Kollege. Hatte ich vorhin schon im Video gesagt. Eine Lehre, die wir uns gleich noch machen, ist dieser Abstand zum Steuergerät. Das mache ich hier mit ein paar Schweißdrähten. Punkte ich das auf den, so ein bisschen holly holly mäßig. Die haben nochmal aus Schweißdrähten das ganze Auto gebaut, weil sie nicht Schweißdrähter waren. Aber, weißt du, ich biege mir den so rum, biege mir den so rum, punkte mir den auf den Längsträger, dass ich weiß, dass das Steuergerät hier sitzt, um den Kader umzubauen. Lange Räder. Ich weiß nicht das wievielte Mal wir den jetzt ein- und ausgebaut haben. Wir machen jetzt folgendes. Einmal Ladeluftkühler ran. Und einmal die Druckpipes nochmal angucken. Und dann haben wir alles zusammen. Neuer Tag, neues Glück. Weiter geht's. Druckrohr Nummer 1 ist fertig. Das war auch einfach. Das war auch einfach wieder Muskelasch hier. Das war definitiv die einfachere Sache. Die passt jetzt hier schon rein. Erstmal generell. Ich glaube, wir hatten vorhin noch nicht gezeigt, wie der Motor und so weiter hat ein Final mit dem ganzen Zeug angebaut. Davor war ne, ne? Ne. Joni kam rein und meinte, sieht aus wie so ein 2000 PS GTR. Ne, 3000 PS GTR hat er gedacht. 2000 ist zu wenig ja mittlerweile. Ähm. Ja, weil irgendwie mittlerweile die Front halt wirklich voll ist. Wenn ich mir jetzt überlege, dass hier noch so ein bisschen Scheinwerfer ein bisschen kühler. Ne? Ja, ja. Ich habe übrigens unseren Halter, den wir gebaut haben, schnell. Der ist perfekt nur für ein weiteres Teil. Seht ihr in dem nächsten Video. Und zwar wenn es hier um Thema Ölleitung, Ölkreislauf und so weiter geht. Da können wir noch was cooles machen. Also der ist da goldrichtig. Aber sonst so aller aller geilste ist, wenn du da vorne in das Rohr rein filmst. Warte mal. Achtung, jetzt siehst du kurz meinen Kopf. Da sieht man mit Glück den Rohrlader ganz am Ende, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Das kann ich gut sehen. Wie viele Leute auf der nächsten Messe so vorliegen werden. Da sieht man auch schön unsere ganzen geschliffenen Rohrlader von innen. Das ist auch ehrlich gesagt das, was am längsten immer aufhält. Es reizt mich manchmal bei anderen Autos mal in die Rohre rein zu gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so viel bringt, wie man denkt. Aber wir schleifen halt wirklich alle Rohre von innen. Egal wie, wo, was. Dass am Ende die richtig schön, also dass man keine Kanten von innen hat. Natürlich ist die Oberfläche nicht poliert. Noch besser wäre es, wenn sie jetzt poliert wäre. Das wäre natürlich dann der Endgegner. Aber ich glaube, so sind wir da auch schon immer echt auf einem guten Wege. Das heißt aber wirklich, man kann nur Stück für Stück bauen. Weil als Beispiel, wenn ich an diese Naht hier rankommen will, dann geht das ja nur, indem entweder die Seite oder die Seite ab ist. Das heißt, man muss sich so ein bisschen überlegen, in welche Richtung man baut, dass es am Ende sitzt. Also, wir bauen jetzt gerade noch auf der anderen Seite das Rohr. Das ist nicht ganz so einfach, weil es hier so ein bisschen um die Pumpe rum geht. Die Seite hier ist schon ready, die können wir wieder reinhängen. Ich habe mir überlegt, ich habe mich doch noch nicht getraut zu bohren. Weil praktischerweise, deswegen, Alter, ich habe gestern im Bett gelegen, habe mir so noch mal überlegt, wie geil dieser Motor da gerade reingeflutscht ist. Weil ich habe ja schon ein paar Mal bei diesem Auto, das kann man so sagen, weil er ist ja wirklich reingeflutscht. Ich habe ja schon ein paar Mal den Motor ausgebaut, aber wir können jetzt ja wirklich den Motor einfach gerade von vorne reinschieben. Und was mir dann eingefallen ist, dieses Positionieren des Motors ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil dadurch, dass jetzt die beiden Motorlager so im V stehen, sitzt der Motor ja automatisch an einer Stelle in dem V. Wow, also er kann ja nur ganz runterrutschen. Schiebe ich ihn da rüber, steht er hier in der Luft. Das heißt, er wird sich automatisch immer wieder in diese Position schieben. Und deswegen passt das auch alles so gut, weil es halt genauso ist wie da. Bohren, ich habe jetzt angezeichnet. Trotzdem nochmal einmal nur mit dem Edding kurz angezeichnet, wo die ganzen Halter auf unserem Plateau sind. Damit wir jetzt einfach eins zu eins zu Not nochmal kontrollieren können, ausgebaut. Da wir gleich bei der Achse nochmal schneiden, hatte ich ein bisschen Angst, dass dabei sich doch ein bisschen was verändert. Und am Ende sitzt der Motor nicht mehr in den Löchern drin, deswegen schneiden wir lieber erst die Achse. So, aber erstmal machen wir jetzt hier die Rohre fertig. Das hier kommt einfach so kluck hier rein. Das ist Rohr Nummer eins. Kann man nicht viel machen, einfach nur gerade das Rohr. Und Rohr Nummer zwei machen wir fertig. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat das eigentlich so einen kurzen Porn verdient, oder? Definitiv. Ich meine, die fünf Minuten fürs Filmen haben wir eigentlich, glaube ich, kurz, wenn das zweite Rohr da gleich dran ist, bevor wir das wieder alles ausbauen. Einmal ganz kurz im Porn, aber erstmal machen wir das Rohr noch, finde ich. Ich sehe gerade, Alter, die Lagenfühle muss ich auch noch. So sieht das halt von innen aus. Also, ganz viele Sachen schweißen wir auch von innen, gerade wenn es halt hier so ein Guss auf Drehteil ist. Und da muss ich überall jedes Mal, deswegen sehen wir wahrscheinlich auch meine... Heute geht. Gestern war... Metallic. Metallic. Metal Flakes. Wäre auch mal eine geile Lackierung, ne? So ein Auto lackieren und dann einmal, jedes Mal hinfahren und so. Die Schuppen rein. Und die Atmosphäne. Und die Titansphäne. Die Kupferschwäne. Und was weiß ich was alles. Ne, wir machen jetzt die beiden Rohre hier noch schnell dran. Dann gibt es einen kleinen Porn. Und dann ziehen wir den Motor raus und machen da noch schnell die Schnellverschlüsse rein. Weil die Zeit rennt. deliberate hat gleich gleichzeitig sein, dass es ganz knapp macht. tile und zur ballots macht. Wenn jetzt mal wieder eine Kupfung werden, uppert die Situation ist fast leer. Ganz mitgeme. Zub courte. Soll ich kurz was hast du zu sagen? Wie du willst. Diese Teile. Hat Flo mich schnell gedreht. Die drehe ich übrigens in die Gewinde in der Korse rein. Alle vier. Und wenn ich das nächste Mal die Achse anziehe, lasse ich die einfach vorher in den Gewinden drin. Zieht dann die Achse gegen. Und in dem Moment wird diese kleine Spitze mir genau einen Abdruck machen in die Achse, wo die Löcher von der Korse sind. Das ist hier. Das ist Hannover Pengformance. Das ist Hannover Pengformance. Weil über Kopf die Löcher zu finden wird die Hölle. Das heißt hier drehen wir die. Um die Gewinde geht es. Da drehen wir die so rein. Zack. Achse drunter. Hier anziehen. Können natürlich ein bisschen weiter schön reinnehmen. Und wir haben einen perfekten Abdruck, wo wir diese Löcher setzen in die Achse. Manchmal ist es halt wirklich so, lieber einmal mehr zerlegen, als da am später wieder so ein 30er Loch für eine 10er Schraube zu haben. Was? Ist glatt nichts vom Nachteil für Luft. Deswegen poliert man keine Kanäle. Doch früher haben wir es poliert. Ja, früher aber. Dabei ist man ja klüger und anscheinend ist es nicht mehr so geil. Ne, wir hatten irgendwann festgestellt, dass eine gezielte Oberfläche mit kleinen Kugeln drin, wie ein Golfball oder ein Flugzeug, quasi eine Verwirkung erzeugt und Luft auf Luft strömt besser als Luft auf Metall. So, aber ich behaupte nicht, dass jemand diese gezielten, da geht es mehr um die Oberfläche und nicht über die Kurven. Also es muss glatt sein und dann muss die Oberfläche so golfermäßig sein. Es geht ja eigentlich hierbei auch gar nicht um die Oberfläche polieren, sondern eher die Hygodeontale wegzunehmen. Ja. Und mit dem Fräser noch tiefere, noch tiefere. Okay, dann bin ich leider raus, wenn ich sie nicht verziehen soll. Reiner rutscht einfach noch. Cool. Never touch a running system. Ein paar mal einen ausgebaut. Okay, wir müssen uns merken. Der, den. Wir haben es jetzt vorhin auf Video. Ein bisschen kürzer, ne? Ein bisschen kürzer. Ein Tümpchen. Noch ein Hörstücker? Ja. Kannst du noch. Oh, den Motor, Alter. Weiter? Ja. Komm her. Darf ich jetzt das Wort rausflutschen nochmal? Ja, ne? Ich fand es eben nur so witzig. Ja, ey. Guck, ey. Ich habe in meinem Leben noch nie so schnell den Motor mal rausgebrotten. Ziehen, glaube ich. Wollen wir es hin? Nur so, dass wir ein bisschen Platz haben. Arbeit. Also, jetzt geht es um folgende Sache. Hier ist die Rührwanne drunter, logischerweise. Die sogenannte Trockensumpfwanne. Es wird Zustände geben, wo ich leider da mal reingucken muss. Thema Pleulager. Dies war bisher in meinem Leben noch nicht möglich. Ich musste immer die ganze Achse abbauen. In dem Ganzen machen wir jetzt ein Ende. In dem wir die Achse hier beschneiden. Ich habe mir da gerade Markierungen gemacht, wie breit eingebaut die Ölwanne ist. Das heißt, wir müssen hier Platz haben. Und irgendwo hier Platz haben. Hallo. Krass, ich habe einen Strich gemacht, aber Sehgel gemacht. Siehst du? Also, ein Seh, aber der andere nicht. Okay. Das ist aber wie bei Motorsport. Egal. Auf jeden Fall hier müssen wir hin. Das heißt, hier gehen wir auch einfach doch hier Sehchen. Da können wir auch hin. Und dann setzen wir diese Verbinder ein. Die wiegen zwar 400 Gramm pro Stück, die auch echt wehtun. Aber da wir in diesem Video ja eh schon viel Gewicht haben. Achso, die sind sogar zugelassen im Käfig. Das heißt, selbst im Unfallfalle sind die safe. Weil die halt einfach so geil passen. Und da die so gut passen, muss man es auch eingebaut schweißen. Weil sonst passt es am Ende nämlich nicht mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Achse festziehen jetzt einmal. Dass sie wirklich genau so sitzt, wie sie sitzt. Kann man nicht festgemacht? Hä? Kann man auch nicht festgemacht? Kann man nicht so fest, dass da beim Schweißen nicht ein bisschen Verzug sein könnte. Ähm. Und dann flexeln wir hier weg. Und setzen die ein. So. Das Problem ist nur, dass... Wir müssen ordentlich schrauben. Genau. Einmal das. Und eigentlich brauchen wir bis hier Platz. Das heißt, das Ganze muss so sitzen. Was das jetzt geradezu Sekunden komplizierter macht. Das Einfachste wäre es natürlich, so anzusetzen. Reicht aber vom Platz an nicht, ne? Dann wird man die Ölwanne auf jeden Fall raus kippen müssen. Geht das denn? Oder ist die auch so ein bisschen... Kann ich dir so nicht sagen. Nicht sagen im Sinne von, ich weiß nicht wie eng das Ganze dann hier ist und so weiter, ne? Aber warte mal, guck mal. Wir haben zwischen der Wanne, haben wir hier 5mm gehabt. Weißt du? Ja. Das heißt, da ist nicht viel mit Kippen und so. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich den Aufwand machen und müssen dieses Ding hier irgendwie... immer die Strebungen dran. Reinkriegen. Ich hatte eigentlich die Idee, es so hinzusetzen. Bringt aber natürlich rein gar nichts. Weil A, muss man an die Schrauben kommen und B, kann man trotzdem... Da muss man auch rausziehen, ne? Ja. Dann kommt die dann trotzdem nicht dran vorbei. Ja. Genau. Und so geht das halt dauerhaft bei diesem Projekt. Wir dachten eigentlich, wir ziehen die Flex durch und fertig, ne? Da war Arbeit einfach mal. Ich stehe hier vor. Nein, ich überlege gerade, ob wenn ich hammerhart trotzdem die Flex durchziehe. Guck mal, das Ding sitzt ja so. Na gut, dann muss ich da nicht irgendwo in die Ecke gucken. Das ist übrigens der Innendurchmesser hiervon. Also es geht um dieses Stück. Vom Radius her... Du könntest noch heute diese, ich sag mal 3 nochmal neu machen? Ne, ähm... Vom... Vom... Ich würde es ein bisschen rüberschieben. Mhm. Dass wir... halt so eine Mischung haben, ne? Aber hier können wir auch nichts runternehmen am Ende. Dass wir das schon gut hier reinschieben können, dass da noch keine Rundung ist. Weißt du, weil hier kommt ja ein Radius. Irgendwann können wir das Ding wieder hier mal reinschieben. Ne, aber nur mache ich am wenigsten Gedanken. Das hier ist das Schlimmste für mich. Ja, aber das kannst du ja hier mal kurz an... Ja, aber das sehe ich eigentlich gar nicht als so schlimm. Weil wenn wir von hier reinschneiden, bis wir da durch sind und dieses von hier so schneiden... dann liegt das da ja genau so wieder drauf. Ich dachte, das siehst du die ganze Zeit als Problem. Die Rundung sehe ich für mich nie als Problem. Problem ist eher, dass so wie wir das jetzt hier gerade machen, können wir es nicht machen, dürfen wir nicht machen. Weil wir müssen ja das Rohr auf jeden Fall durchschweißen. Das heißt, wir müssen eh diese ganze Kappe abschneiden und neu aufsetzen. Damit wir hier hinter das Rohr komplett durchgeschweißt kriegen und dann am Ende die Kappe wieder drauf. Die ganze Axt selber brauchen keinen Fall. Das heißt, so weh es auch tut, komplett durch. Komplett durch, dann das Teil runtertrennen, das rein, verschweißen. Also verschweißen nicht auf beiden Seiten. Passend dazwischen abschneiden und einsetzen. Einzige Chance. Dann geht das genau bis hier so drauf. Dann kann man das hier auch verschweißen. Dann muss man natürlich hoffen, dass dieses Teil verzugsfrei bleibt. Weil wenn sich das minimal verzieht... Ja, wir müssen halt alles anpunkten und zusammenschrauben. Ja, wenn wir hier im Auto machen. Ja, ja klar. Ja, okay. Ich kann gerne bauen. Nee, darum geht es gerade gar nicht. Ich habe gerade schon wieder noch eine... Jetzt kommt mir dabei schon wieder die nächste Upgrade-Werse. Jungs, hast du das immer fertig? Nein, weil so richtig... Wir haben jetzt ja ein bisschen was gelernt zum Thema Achsen bauen und so weiter. Und es gibt ja eine Stelle, die an dieser Achse komplett fehlt. Und das ist halt wirklich hier ein massives Dreieck irgendwie. Und das ist der Moment, wo ich wirklich wieder sage, dann lasst es uns lieber in Ruhe machen. Weil ich habe nämlich schon wieder eine Upgrade-Idee. Wenn wir jetzt hier schon so massiv dran rumwerkeln, dann fehlt der Achse eigentlich eine Sache. Und das ist hier nochmal eine Diagonalstrebe. Das ist hier Diff-Aufhängung hinten. Diff-Aufhängung hinten, wo wir uns massiv Gedanken gemacht haben, wie wo man da so ein Dreieck reinkriegt. Hier ist ja gar kein Dreieck. Also das Dreieck ist eigentlich ein bisschen nach oben außen gelegt. Aber eigentlich ist die Korserie in Summe das Dreieck, was wir ja nicht wollen. Das heißt, wenn man jetzt hier schon so rumschweißt, würde ich mir tatsächlich überlegen, ob man nicht hier von der Mitte bis nach da hinten auch noch eine Verbindung setzt. Soweit ist das Getriebe erlaubt. Weil wir können ja jederzeit mit vier Schnellverbindern, das reicht ja auch so ein Rohr, da brauchen wir gar nicht mehr, das einfach den gleichen Verbinder in klein hier rein, so ne, vielleicht sogar idealerweise da, dass wir wirklich Getriebe so miteinander verbunden haben, auf beide Seiten, ne. Klack. Dann können wir nämlich definitiv die Alustrebe weglassen. Willst du die weglassen? Ja, also dann brauchst du sie nicht mehr. Dann ist die Achse, haben wir ja hinten gesehen, kriegst du die keinen Millimeter mehr auf oder zu, dann ist das Ding safe. Und egal was man dann macht, nimmt man als erstes dieses Dreieck raus. Und fertig. Das wäre wirklich zum Schrauben perfekt. Weil dann ist es wirklich immer fünf Minuten, und man hat sowohl das ganze Getriebe raus, als auch Ölwanne raus, wie auch immer. Ja. Dann könnte man sogar, wobei zum Motor ein- und ausbauen bringt nichts, weil der hier drauf liegt. Egal. Haben wir heute trotzdem was geschafft. Da sind wir wieder beim Thema. Nur weil es jetzt unbedingt fertig werden muss, werden wir das nicht machen. Dafür ist das Thema Achse zu geil. Das machen wir lieber in Ruhe. Heißt nicht, dass wir es jetzt nicht machen, aber wir machen es nicht in dem Video. Morgen neuer Tag, neues Glück. Als allererstes geht es jetzt weiter mit Motor und Achse nach Berlin zu KKS. Da machen wir die restlichen Kleinarbeiten vor Ort. Mal was abdrehen, Kabelbaum bauen. Also da könnt ihr auf jede Menge mechanische Videos freuen. und elektrische Videos freuen. Und dann schauen wir mal. Würde ich sagen, ne? Haben wir noch ein paar Tage. Eine Woche. Dann gehen wir wieder. Danke für die Hilfe. Danke für die Schweißen. Jetzt haben wir zumindest das Bolt-On 1200 Turbo Kit für RS4 Limo fertig. Stock Location. Mit Original Exhaust. Das haben wir ready. Ich krieg schon wieder Ideen, was wir an der Achse noch so... noch so... Scheiße, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätten wir... Also das können wir immer noch machen. Hätten wir das Rohr sogar einfach bis hier hinten gezogen. Und hätten auf das Rohr die Platte von dem Betriebelager auch gemacht, ne? Ja. Dass man das so komplett nach unten absetzen kann, ne? Aber egal. Wir gucken uns das in Ruhe an. Dafür reicht es erstmal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum Missmachen. Ciao. Tschüss.